German for Kids Hallo Freunde, hallo! Heute lernen wir über den Frühling. Guck mal, ich habe Ostereier. Wie viele Ostereier habe ich? Hmm... Kommt, wir zählen sie zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Ostereier. Ich habe fünf Ostereier. Sollen wir eins öffnen? Kommt, wir machen ein Ostereier auf. Hmm... Wo ist das blaue Ostereier? Blau, wo ist blau? Hmm... Kannst du mir helfen? Wo ist blau? Blau, hier ist das blaue Osterei. Was da wohl drin ist? Hmm... Was ist das wohl? Sollen wir es aufmachen? Kommt, wir machen es auf. Hmm... Was ist das? Was denkst du? Was ist das? Eine Blume. Die Blume. Oh, die Blume. Kannst du sagen, die Blume? Die Blume. Die Blume. Super, die Blume. Welche Farbe hat die Blume? Rosa, orange, grün. Die Blume ist rosa, orange und grün. Kommt, wir stecken die Blume in unseren Garten. Guckt mal, das ist unser Garten. Unser Blumengarten. Der Garten. Kommt, wir stecken unsere Blume in den Garten. Wir stecken sie hier rein. Hier ist noch Platz. Guckt, wie schön sie aussieht in unserem Garten. Kommt, wir gießen unseren Garten. Unsere Blumen brauchen Wasser. Kommt, wir gießen unseren Blumengarten mit unserer Gießkanne. Die Gießkanne, die Gießkanne. Hm, welche Farbe hat die Gießkanne? Rosa. Die Gießkanne ist rosa. Kommt, wir gießen unsere Blumen. Sch, sch. Super, wir gießen die Blumen. Die Biene mag die Blumen auch. Die Biene mag Blumen. Kommt, wir öffnen noch ein Ei. Welches Ei sollen wir öffnen? Hm, kommt, wir öffnen das Rosa-Ei. Wo ist das Rosa-Ei? Hm, welches Ei ist rosa? Rosa. Hm, da, da ist das Rosa-Ei. Was ist wohl im Rosa-Ei? Hm, was denkst du? Kommt, wir machen es auf. Hm, was ist das? Was ist das? Die Biene. Das ist die Biene. Die Biene. Hm, da sind aber noch mehr Bienen. Wie viele Bienen sind da? Hm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Bienen. Wo wohnen die Bienen? Hm, wo wohnen die Bienen? Guckt mal. Die Bienen wohnen hier. Wie heißt das? Weißt du, wie das heißt? Das ist ein Bienenstock. Der Bienenstock. Die Bienen wohnen in einem Bienenstock. Kommt! Wir machen die Bienen zurück in ihr Zuhause, in ihren Bienenstock. Das ist der Bienenstock. Das Zuhause der Bienen. Welche Biene kommt hier herein? Die rote Biene. Die rote Biene. Hm. Welche Biene kommt als nächstes? Die gelbe Biene. Wo ist die gelbe Biene? Hm. Da ist die gelbe Biene. Welche Biene kommt als nächstes? Die orangene Biene. Wo ist die orangene Biene? Da. Die orangene Biene. Als nächstes kommt die blaue Biene. Die dunkelblaue Biene. Wo ist die dunkelblaue Biene? Wo ist die dunkelblaue Biene? Wo ist die dunkelblaue Biene? Als nächstes kommt die grüne Biene. Wo ist die grüne Biene? Als nächstes kommt die lila Biene. Wo ist die lila Biene? Da ist die lila Biene. Da ist die lila Biene. Welche Biene kommt als nächstes? Die blaue Biene. Die hellblaue Biene. Die hellblaue Biene. All die Biene sind zu Hause. Summ, summ, summ. Bienchen summ herum. Ei, wir tun dir nichts zu leide. Es fliegt nur aus dem Wald und Heide. Summ, summ, summ. Bienchen summ herum. Okay, welches Ei sollen wir als nächstes öffnen? Komm, wir öffnen das lila Ei. Welches Ei ist lila? Lila. Lila, das Ei ist lila. Ja. Komm, wir machen es auf. Ein Schmetterling. Guckt mal, der Schmetterling. Der Schmetterling fliegt. Welche Farbe hat der Schmetterling? Der Schmetterling ist bunt. Oh, der Schmetterling. Wie schön. Schön, Schmetterling. Tschüss. Welches Ei sollen wir jetzt öffnen? Komm, wir öffnen das gelbe Ei. Wo ist das gelbe Ei? Gelb. Welches Ei ist gelb? Gelb. Hier ist das gelbe Ei gelb. Komm, wir öffnen es. Oh, ein Vogel. Ein Vogel. Guckt mal, der Vogel. Der Vogel fliegt. Der Vogel fliegt. Welche Farbe hat der Vogel? Der Vogel ist rot. Tschüss, Vogel. Tschüss. Hm. Welches Ei haben wir noch nicht geöffnet? Hm. Das orangene Ei. Komm, wir öffnen es. Hm. Was ist da nur drin? Hm. Was ist das? Ein Wurm. Ein Wurm. Das ist ein Wurm. Wie viele Würmer sind im Ei? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Würmer. Weißt du, wer Würmer mag? Der Vogel mag Würmer. Der Vogel mag Würmer. Sollen wir die Würmer dem Vogel geben? Ja? Ja? Guckt mal. Da ist unser Babyvogel. Und da sind unsere Würmer. Sollen wir die Würmer dem Babyvogel zum Fressen geben? Ja? Wo ist der Rosawurm? Hm. Wo ist der Rosawurm? Da ist der Rosawurm. Der Rosawurm. Hallo, Rosawurm. Hier, Vogel. Hier kriegst du den Rosawurm. Als nächstes brauchen wir den blauen Wurm. Wo ist der blaue Wurm? Hm. Der blaue Wurm. Hier, Vogel. Der blaue Wurm. Als nächstes brauchen wir den grünen Wurm. Wo ist der grüne Wurm? Hm. Ups. Der grüne Wurm. Der grüne Wurm. Hier, Vogel. Der grüne Wurm. Jetzt brauchen wir den lila Wurm. Hm. Wo ist der lila Wurm? Wo ist der lila Wurm? Der lila Wurm. Hallo, lila Wurm. Hier, Vogel. Jetzt suchen wir uns nochmal einen blauen Wurm. Wo ist der andere blaue Wurm? Hier ist der blaue Wurm. Hier, Vogel. Vogel. Als nächstes kommt nochmal ein lila Wurm. Wo ist der lila Wurm? Hm. Da ist der lila Wurm. Hallo, lila Wurm. Hier, Vogel. Hm. Wo ist der andere grüne Wurm? Siehst du noch einen grünen Wurm? Hm. Da ist der grüne Wurm. Der grüne Wurm. Welche Farbe hat der letzte Wurm? Rosa. Das ist ein rosa Wurm. Hier, rosa Wurm. Und wir haben dem Vogel alle Würmer zum Fressen gegeben. Hurray. Yay. Super, Freunde. Danke fürs Helfen. Wir haben alle Eier geöffnet. Es war so schön, mit euch zu spielen. Und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal. Okay? Okay. Und jetzt sagen wir Tschüss. Tschüss, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. If you liked the video, like and subscribe.